Töten, um zu überleben. Das Gesetz der Natur. Es bedeutet auch, dass sich in ihr wahre familiäre Dramen abspielen. So verteidigen Mütter ihre Jungen gegen Räuber, die ihnen eigentlich körperlich völlig überlegen sind. Wie viel Kraft ein Hasenweibchen freisetzen kann, deren Nest angegriffen wird, zeigen Bilder vom Kampf gegen eine Schlange. Diese Schlange hat gerade ein Nest mit drei kleinen Hasen angegriffen. Als sie sich über ihre Beute hermachen will, passiert das. Mama Hase taucht auf und wird zur Furie. Dass die sonst scheuen und niedlichen Naga so aggressiv werden können, überrascht offenbar auch die Beobachter, die den Kampf filmen. Schließlich ergreift die Schlange die Flucht. Doch der Hasenmutter reicht das nicht. Sie jagt den Eindringling. Angefeuert wird sie dabei von zwei kleinen Zuschauern. Ja, er ist wütend und wütend. Go Bunny. Go, Mr. Bunny. Kick das Snake. Go Bunny, go. Bite, bite das Snake. Go Bunny, bite it, bite it, bite it. Gah! Gah! Gah!